Ich drehe hier echt langsam durch Da kommt noch mal irgendwas Ich drehe hier So, hier ist noch eine Lebensruhe, die nehmen wir natürlich auch mit, äh, eine Seelentruhe, die nehmen wir natürlich auch mit. So, nochmal jemand, das ich mir in den Mix stellen will. Ist ja noch bestimmt wieder so, die Nervfische. So, jedenfalls schon mal ein Artefakt, das ist schon mal schön. Okay, hier geht's weiter. Gucken wir nochmal kurz auf der anderen Seite mit uns um. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben, von da sind wir gekommen. Okay. Ne, dann, ja. Dann geht's wohl hier weiter. Ja, das fällt euch eigentlich ein. Dann, ja. Ja. Hm. Hm. Mir gefällt es nicht, dass es hier so eine große Höhle ist und ich glaube, da hinten ist das Stygiam. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt es gleich der Endgegner. Ach, Bulgrim. Ja, da ist er. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst. Hast du Upgrades für mein Pferd? Ihr kriegt auf jeden Fall schon mal Artefakte. Wir brauchen auf jeden Fall eine Lebensessenz. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Was haben wir denn noch dabei? Wir haben zweimal große Lebensessenz. Wieder Auferstehen. Rage. Dann wäre vielleicht noch einmal... Du bist so weise, wie du mächtig bist. Gut, dann könnten wir die Heimsugung einfach mal skillen. Aber wir benutzen so selten Zornfähigkeit. Ne, damit warte ich noch. Guck mal, alles auf Stufe 3. Oh. Okay. So weit, so gut. Ich glaube, jetzt haben wir dann gleich ordentlich die Kacke am Dampfen. Aber ich habe ein Pferdchen. I got the horse. My horse is amazing. Give it a lick. Oh nein. Oh nein. Also ob es so einfach klappen würde. Sobald die alle tot sind, reißt sich das Zygmira irgendwann los und dann dürfen wir gegen den Metal. Ich hoffe mal auf ein Pferd, weil ich fühle mich mit meinem Pferd mal ein bisschen wohler. I got the horse. My horse is amazing. Ja, jetzt passiert wahrscheinlich das, was ich befürchte. Ist ja klar, dass er sich genau in dem Moment losreißt, in dem ich auftauche. Aber er kann noch nicht fressen. Er hat noch seine Stahlkappe auf dem Maul. Na ja, Krieg geht einfach mal hin. Ich will mein Pferd. I got a horse. My horse is amazing. Kann ich ihn irgendwo gegen schreddern lassen, damit er diesen Maulkäfig verliert, weil das ist seine einzige Schwachstelle. Ich muss schon mal die Umgebung ein bisschen sondieren. Am besten wäre, wenn ich um ihn herum reite. Irgendwie muss er doch seinen Maulkäfig verlieren. Was sagst du, Berater? Los Reiter, mach das, wozu du geboren bist. Okay, ich glaube, jetzt kommt er wieder. Oh! Gott, war das... Oh! Oh! Oh, ey, mach doch einen Abgang, Alter! Oh, Gott! Oh, Gott! Ob das was prägt? Ich krieg auf jeden Fall Kombo. Ich fühl mich wie im Wilden Westen. Jeho! Oh, oh. Ich frage mich echt, was ich machen muss. Irrer. Oh, mach doch! Oh, mach doch. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube kaum, dass es was bringt, wenn ich in die Chaos-Gestalt gehe. Kommt er nochmal auf mich? Nee. Ja! Ja! Okay, also doch so lange auf den Käfig einbreddern, bis er... Hat das auf mich abgesehen? Nee. Oder doch? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.